Oh Scheiße, strafft euch den Wichser, der auf mich geschossen hat. Auf mich geschossen, auf mich geschossen. Und wie geht's dir? Sehr gut, ich hatte nur ein kleines Rennen mit deinem Freund Karl-Louis hier, aber ansonsten geht's gut. Wer klaut unseren Stoff, entführt Julie, schießt auf meine Frau, den machen wir kalt, den machen wir kalt. Markus, ich hab ne Frage an dich, Bruder. Wie konntest du mich in der Scheiße sitzen lassen, nur um das Auto zu holen? Jetzt halt doch endlich mal die Klappe und lass ihn fahren, okay? Ich hab den Eindruck, als würdest du besser fahren, seit du angeschossen worden bist. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen, kann vor Gericht gegen sie verwendet werden. Sag mal, ist die jetzt durch? Ich will's hinter mir haben. Geh endlich Gas, mein Tritt durch! Und wenn dein Wagen schneller ist, ist der schnellste Wagen, jetzt geht's um alles, Bruder. Wir werden's erleben, entweder ihr oder wir. Alles weiß ich, es wär besser, wenn du gewinnst. Weil so los mag es, stell' dich an, stell' dich an! Na, endlich weißt du, wie du zu fahren hast! Von nun an fährst du nur noch so klar! Und jetzt geht's die Und jetztneut' Los jetzt! Mike! Mike! 9-1-1! Ja, 9-1-1. Ja, hier ist Chad. Jetzt fahr nach oben und nimm die hier. Nimm sie! Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin die Ruhe selbst. Bis Verstärkung kommt. Ich liebe dich, Marcus. Oh, scheiße. Ich hab vergessen, die Adresse zu sagen. Ich bin die Ruhe selbst. Fahr weiter! Stopp, stopp, stopp! Was ist das? Los! Rein mit mir! Worauf wartest du? Komm, wir haben keine Zeit! Komm! Komm, wir haben keine Zeit! Mach das! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Hey, nein! Bleiben Sie ganz ruhig! Ist okay, ich bin Polizist! Sie sehen toll aus! Mach Platz! Hände! Hände! Ah! Es gab es nicht nur Klamen. Es geht nicht nur Klamen! Es geht nicht nur Klamen! Es geht nicht nur Klamen! Da soll noch einer sagen, ich wäre nicht für dich da. Der Lieferwagen, kommen Sie, wir nehmen den Lieferwagen da. Da sind sie, die schnappen wir uns. Wir haben uns eilig. Wir haben uns wirklich eilig. Rein mit euch. Ihr seid wollen, wieso rennen wir davon? Er ist doch noch da drin. Alles klar, fahr los. Na, herzlichen Glückwunsch. Na, verfolgt uns. Also, was war los? Hä? Was? Was ist los gewesen? Das kann ich auch nicht so genau sagen. Aber ich hätte ihn 100 pro getroffen, wäre mir nicht Action-Jackson in die Quere gebrochen. Nein, nein, nein. Das hier ist eine polizeiliche Ermittlung. Sie hatten dort nichts zu suchen. Und würdest du bitte die Kiste feiern und fahren? Fang nicht damit an! Fang nicht damit an, okay? Was müsstest du aus von einem Eiskübel abgreifen? Sag mal, was riech' ich hier? Fahr einfach! Was riech' ich hier? Äther! Das ist feuergefährlich. Äther! Oh, Scheiße! Oh, verdammt! Jungs, du bist echt der Größte heute Abend! Du bist echt der Größte! Wie kannst du dir einen Eiskübel angeln, der eine Zeitbombe ist? Oh, Scheiße! Und das nennt ihr also schuldhaft, ja? Ja! Pfeifen... Oh, shit! Ah! Lasst euch was einfallen! Wir sind knapp an eine Straße! Wer hat sich die blöde Straße ausgesucht? Es gibt so viele Straßen in Miami und du bist knapp dran! Du solltest dir echt ganz schnell was einfallen lassen! Wieso eigentlich immer ich? Ja, dann viel Spaß! Ich glaub, das ist ne Sackgasse! Da ist nicht mehr viel! Jetzt ist der Sackgleich zu! Du wachst, ob man dir die Luft bringt! Steig aus! Steig ein, sich aus! Aaaaah! Aaaaah! Kutter! Scheiße! Du hast deine Bordkarte vergessen! Ja! Lass deine Sieben weg hier! Es ist sinnlos! Der Laden geht gleich hoch! Ihr Schweine, ihr Verdammten! Das geht's? Oh! Scheiße! Ah! 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 Ah!